Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forever Skies. Wir haben mittlerweile genug Polymer, um eine Armbrust herzustellen. Es fehlt an Metallteilen, aber davon haben wir ja noch mehr. Also daher gar kein Problem. Das nehmen wir mal alles kurz mit. Metall und Synthetik. So, haben wir eine Armbrust. Nein, ich möchte euch jetzt nicht abheben. Hallo. Er ist wieder mal übermotiviert. So, ich habe hier immer noch auf dem 3-Leuchtteil, wo das Gewächshaus drauf ist, müssen wir noch ein bisschen was weglooten. Aber, äh, ja. Wir sind ja auch noch fleißig am Kochen und Snacken. So, die hatten jetzt einen Tag in 3, einen Tag in 5, Tag in 7. Das essen wir zuerst. Dann essen wir das noch. Und jetzt würde ich noch ein paar Armbrustbolzen herstellen. Ich habe eine Armbrust. Pio, 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 pio. Oh, es gibt wenigstens 5 Armbrustbolzen. Okay. Dann lohnt sich das ja einigermaßen. Gerade schon gedacht, wenn das jetzt nur einen gibt. So, Pflanzenöl. Lagern wir natürlich direkt mal ein. Ich habe noch 5 leere Flaschen. Altes Dosenwasser. Das bringt 5... Ich weiß gar nicht, wie die ganze Leiste voll voll ist. Also, ne, wie viel das ist. Die lassen wir da jetzt mal noch drin. Kochstation. Ich habe aktuell nichts, was ich kochen kann. Korrekt? Tö. Würde ich sagen, wir gehen mal die 5 Flaschen, füllen wir da oben noch auf. Oh. Neu geladen. Oh, sind die jetzt nicht mehr im Inventar? Nee, sind noch im Inventar, aber gesperrt. Schade. Hätte ja sein können. Jo, ein bisschen Schmutzwasser mitgenommen. So, hier ist ja nichts mehr außer tonnenweise Öl, oder? Gut, gut, gut. Jetzt können rein theoretisch die Tierchens kommen. Und Polymer, und Polymer, die einlullenden Grasgrillen. Weil jetzt bin ich vorbereitet. Jetzt baller ich die einfach so über den Haufen mit der Arm. Wahrscheinlich treffe ich nicht mal. Wäre so der Klassiker. Erster Versuch, 5 Kilometer daneben geschossen. Einlullende Grasgrille, alles, nur nicht tot. So, du bist so eine Kaffeefrucht, die hätte ich gerne. So, das ist eine Patate. Ich brauche aber noch so einen Kartoffelklumpen. Ja, Patate ist ja gut. Ich brauche eine Patate. Patate hoch. Ich brauche ja so ein Korbding. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt, natürlich. Aber das könnte ich ja nachgucken. Studien. Garten. Wir haben noch die mehrfingrige Rapsblüte. Ja, aber das will ich ja gar nicht. Weil da war Baupläne. Studien, Studien, Scanner, Forschungsstation. War das nicht immer hier drin? Bin ich ein bisschen verwirrt, aber gut. Hier sind noch so ein paar Kaffee-Dinger. Würde ich nochmal mitnehmen. Die stackt natürlich auch nicht. Das finde ich ein bisschen schade, dass die Brüchte nicht stacken. Au, 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 au. Wenn ich dagegen laufe, geht es kaputt, aber ich kriege Damage. Au. Au, ist ja gut. Das ist ja Raps, oder? Mehrfingrige Rapsblüte vom Rohfetzirr wird abgeraten. Keine Angst. Da gibt es eine Biomasse und dann eine, eine mehr Tintengnolle. Okay. Eine Partat. Noch mehr Rapszeug. So ist die Rapsblüte auch wieder, ist auch wieder so ein komplettes Inventar füllendes Mistvieh. Das mag ich nicht. Ich mag das nicht. Hier werden jetzt noch Kreuzblumen. Hier sind jetzt wieder unsere Standortkoordinaten. Hier natürlich noch die Armbrust. Vielseitiges Werkzeug öffnet Wege und holt Früchte aus der Höhe herunter. Munition für Armbrust. Ruhig doch, das wäre jetzt was gegen Gegner. Mehrfingrige Rapsblüte. 10 Nahrung, minus 5 Wasser, minus 10 Gesundheit vom Rohfetzirr wird abgeraten. Ja, wie bei den meisten Sachen halt, ne? So, jetzt die Frage, ne? Sollen wir jetzt hier noch irgendwas mitnehmen? Oder haben wir jetzt genug einstecken, dass ich sag, wir fliegen weiter? Stampf, 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 stampfen. Ups. Tendenziell würde ich jetzt sagen, wir haben genug einstecken. Die will ich haben. Ja, das klappt ja mal gar nicht. Kann ich die wieder looten? Nö. Die brauche ich doch. Haben wir die auch direkt, die andere? Wiest. Warum ich jetzt hier? Okay. Okay. Weil die brauchen wir für die Forschung, die eine. So viel zum Thema, wir können damit irgendwas aus der Luft holen. Wasser und Energie, das können wir trinken. Dann nehmen wir das nämlich mit. Oh, du kannst damit Früchte aus der Luft holen. Ne, scheinbar nicht. Sind wir mal ehrlich. Scheinbar ja nicht. Hab ich gedacht, ne, hab ich gelesen. Kann ich machen, mach ich mal. Nö. Machst du halt einfach nicht. Stampf, 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 stampf. So. Hey, Filterflasche machen. Das kann gereinigt werden. So ein Rapsding. Brauchen. Dann brauchen wir noch eine zweite Rapsblüte. Ich hole noch eine zweite Rapsblüte. Gar kein Problem. Kann ich eine Truhe herstellen? Truhe, Truhe, Truhe. Äh, Metall 2010. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Das ist kein Problem. Hallo. Waren's 15? 14. Natürlich waren's 14. 15 wäre ja auch langweilig. Hallo, irgendwer, irgendwer. Peter, komm schon. Ah. Ich muss jetzt mal ein Stück rückwärts fliegen. Pimp, 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 pimp. Und stopp. So, dann sehen wir die auch, die hier verschwinden wollen. Gekochter, mehrfingriger Raps. Ja, weil, ne, wenn wir gerade schon hier sind, können wir den einen mehrfingrigen Raps ja auch mitnehmen. Und dann haben wir Platz dafür. Ne, falsche Richtung. Falsche Richtung. So, dann können wir jetzt nämlich uns das Metallchen rüberholen. Dann können wir nämlich eine Truhe basteln. Nein, wir fliegen jetzt noch nicht. Hat das eine Ablaufzeit? Nein, hat es nicht. Sehr schön. Den Energie snacken wir. Kein Problem. Weil dadurch, dass das keine Ablaufzeit hat, kann ich halt ganz entspannt sagen, wir holen uns den Raps. Der hat eine Ablaufzeit, aber die ist relativ lang. Und dann, äh, können wir da alles schön aufstellen. So, dann schmeiße ich nämlich hier mal rein. Das brauche ich gerade nicht. Das nicht, das nicht, das nicht. Das soda snacken wir. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Das ist schon gekocht. Das ist noch nicht gekocht. Dann trägst du mal das Thema wieder aus, indem wir das in den Kocher tun. Da ist das Kaffee neu. Komm, erst die Kaffee neu. Erst mal, erst mal Käffchen kochen. Erst mal kleines Käffchen kochen. Gott, ich bin jetzt hier schon ein Gefühl, zwei oder drei Tage auf dieser einen Plattform, weil hier so viel Loot ist. Na gut, die Biomasse, da können wir schön Dings draus bauen. Schön Kraftstoff. Und das macht ja nur Sinn. Das ist nicht das Gewächshaus, wo ich hin wollte. Wir müssen noch... Was ist das? Gartensaatgut. Ein Garten pro Sektor reicht nicht. Wir müssen die Nahrungsmittelproduktion irgendwie steigern und die Kosten für den Wiederaufbau von Türmen zum Anlegen eines neuen Gartens sind zu hoch. Wir werden versuchen, die Wohntürme mit grundlegenden Ressourcen zu versorgen und den Rest in ihren Händen zu lassen. Wir wissen nicht, wie sie ein sauberes Wasser für die Pflanzen kommen sollen, aber irgendwo müssen wir ja anfangen. Da gibt es keinen anderen Weg. Die Reisetasche würde ich nehmen. Hätt gern hier das ganze Werkzeug und so. Einen Kühlschrank würde ich auch nehmen. Ich habe Strom, Leute. Ich kann den noch mit Strom versorgen. So, hier den Eingang haben wir jetzt schon Blatt getreten. Das wir können jetzt hier eine Runde ernten. Zack. Biomasse, Biomasse und auch Rapsblüten. Ach so, er ist ja wieder vollkommen außer Atem. Weißt du, kommt hier wieder so ein voll... so ein voll... ...bödel. Auf die Idee, er muss man die Menschheit retten, indem wir hier runter... ...gehen. Ich meine, ich habe keine Atemluft nach Sekunden. Also, wenn ich dreimal mit dem Messer so mache und dann außer Atem bin, dann weiß ich nicht, ob das hier die richtige Mission ist für meinen... ...bödel hier. Momentalsaft fast voll. Immer noch so eine Tintenknolle mit. Ja, padat. Haben wir noch Platz? Natürlich nicht. Gut, ich glaube, jetzt müssen wir auch mal weiterfliegen. Das macht ja keinen Sinn jetzt hier zu bleiben, nur weil hier viel Loot ist. Plupp. Also, ne, wäre natürlich cool, hier, äh... ...nach und nach alles wegsnacken zu können. Aber, im Endeffekt, ne, ich muss halt auch weiter. Ich glaube, wir haben jetzt hier schon einiges leer geräubert. Sieht aber nicht gut aus. Machen wir mal ein Flicken drauf. Kann sein, dass mein Schiff gleich schon voll ist, also überladungstechnisch. 64 von 500. Ja, schwierig. Aha! Da wird da einzigartige Köder empfangen. So, wo müssen wir hin? Erreiche die Ausrufemarkierung auf dem Radar. Was ist da? Das finde ich gerade wesentlich interessanter als das da. Das sind so Gewächshaustürme wahrscheinlich. Sehr gut, dann gehen wir zur Ausrufemarkierung. Das heißt, wir müssen, äh, wenn da Norden ist, ist das exakt Westen. Dann steigen wir doch mal hoch. Oh, das sind Berge. Oh, und die Sonne ist auch am Start. Das ist ja alles recht hübsch hier. Oder hinten haben die Pflanzen sich ausgebreitet, oder was? Dann würde ich sie an, äh, gehen wir mal, äh, auf Kurs. Ja, passt einigermaßen. So, was kann ich noch erforschen. Hier fehlt weiter die Leiterplatte. Hummer, Chili haben wir auch noch nicht. Leiterplatte, die, also die Energiekristalle und Leiterplatten. Daran mangelt es mir. Ich kann die auch nicht irgendwie zufällig hierherstellen und habe das nur verrafft. Scanner, flicken, Bett. Ich bin nicht in dem Bett. So, gucken, was der Kaffeeginuss kann. Gekochte Kaffeeginuss, die gibt einfach 25 Energie wieder. Ja, nice. Würde ich mal sagen, wir schießen mal ein paar Sachen ab. Hui. Hui. Wenn er unsere Truhen wieder auffüllt. Das kann ich nicht absnacken. Brauche ich dann besser einen Scanner für. Würde ich mal ein bisschen ausweichen. Wir steigen einfach mal eine Runde Höhe. Ah, damit hat keiner gerechnet. Wahrscheinlich schon Stahl oder so, was da unten jetzt ist. Ich das nicht abbauen kann. Ich probiere es trotzdem nochmal. Das kann nicht extrahiert werden, weil Inventar voll. Ja, das können wir doch bestimmt ändern. So, mein Freund. Jetzt aber. Ja. Ja. Die krauchen jetzt nicht so schön zusammen. Warte. Ich nehme es trotzdem mit, auch wenn es nicht zusammen kracht. Ich gönne mir wie immer alles hier. So. Ich mache da keine falschen Halt. So, können wir ein bisschen Biokraftstoff herstellen. Hoppala. Brauche ich sauberes Wasser für. So weit kommt es noch. Sauberes Wasser. Oh, eine Flasche. Polymer, leere Flasche und Synthet eh. Wir müssen ein bisschen ... ... ... Turm da drüben nehmen wir mal mit oder? Nehmen wir dem mit. Ich nehme an, wir müssen eh um diese Berge hier rumfahren. Sinken wir mal eine Runde ab und gehen darüber. Nehmen wir an, ich kann mittlerweile auch hier nachfüllen. Ja, das sieht ganz dann raus, aber ich habe es nicht einstecken. Da ist der Sprit. Dann tun wir mal Plastikmüll hier rein. Und da rein. So. Die leere Flasche nehme ich mit hier rüber. Könnte ich hier sauberes Wasser holen. Ah, ein Polymer, eine leere Flasche. Warte mal, dann können wir eins hier rüber ziehen? Ja gut, aber dadurch gibt es halt keine leere Flasche. Warum halt man noch so einen Raps? Ja, ein Böhnchen. Die ist noch nicht gekocht, die hier ist gekocht, ne? Ja, Nahrung. Der ist auch noch nicht gekocht. So, hier noch kochen. Geht ja so nicht. Nein. Warum habe ich jetzt abgebremst? Geschwindigkeit halten. Oh, nee, mehr. Eine leere Flasche herstellen. Synthetische Materialien sollten wir haben. Gar nicht so viele, wie ich gern hätte, aber ne. Rüß halt. Da fliegen ja noch ein paar rum. Ist jetzt einfach kaputt gegangen. so, stellen wir den wieder hier rüben. Können wir hier drüben ja ein bisschen was mitnehmen? So. Komm schon! Der geht automatisch mit, das war jetzt nicht ich, ne? Gut, gut, gut. Ein bisschen langsamer werden, wir müssen ja auch landen. Nicht das komplette Ding wegballern. Gibt's ja eine Landeplattform. Ah, wir müssen auf dem Metall da landen. Okay. Ja, ich könnte ihn jetzt mal kurz rüberstellen, dann können wir hier alles wegballern schon. Können wir das kurz machen? Ich glaube, das macht ja nur Sinn. Also, bevor wir jetzt da reingehen und das Material enthaben, kurz den guten wieder hier rüber holen. Ich muss mir einen zweiten bauen, dass wir einfach auf beiden Seiten einen haben. Dieses hin und her getrage Inventar voll, habe ich das hier alles drin, um meinen Polymer einzusammeln. Meine leeren Flaschen. Dann hier große Flasche. Ein Polymer und ein synthetisches Material. Ein Polymer habe ich nicht. Ein Polymer, ein Polymer. Kann ich ein Polymer noch herstellen? Da fehlt mir Pflanzenöl und Material. Okay. Dann müssen wir das hier nochmal kurz aktivieren und da vielleicht so ein zwei von den Dingern abschießen. So, dann brauchen wir ein Pflanzenöl. Dafür lasse ich mal sauberes Wasser kurz hier. Echte Maus, wie kann ich eins mitnehmen? Ne, bewegen, teilen, bewegen, verwenden. Control eins. Ja, hat geklappt, hat er alles mitgenommen. Super. Okay, aber wir stellen jetzt ein Polymer her. So, dann tun wir das Pflanzenöl wieder hier rein. Das ist unser letztes Ne, hier vorne ist der restliche. Hat schon gedacht, kann nicht sein, dass das Pflanzenöl schon wieder leer ist. Ich war doch eben erst einkaufen. So, dann können wir nämlich das Polymer herstellen. Ganz ruhig. Und dann fehlt jetzt noch synthetisches Material, aber ich mein was ja ist ja gut. Ist ja gut. Ich kaltrate ja schon so schnell ich kann. Ich habe kein Schmutzwasser mehr. Dann brauchen wir mal so ein Kunde. Habe ich hier irgendwo? Warte mal. Nimm das mal gerade hier. Rimm mal snacken das mal leer. So, jetzt haben wir zweimal leere Flaschen. Gut. Brauche ich erst mal Material. Es gibt gerade kein Material. Das ist natürlich jetzt das da vielleicht. Ja. Er stottert wieder. Sehr schön. Mal absinken ein bisschen, dass wir nicht mehr so ganz der hohe Punkt sind. Sicher ist sicher. So, dann stelle ich jetzt erst mal eine große Flasche her. Sehr gut hier. Das Gewitter ballert halt auch immer rein des Todes. Aber gut. An der Stelle würde ich mal sagen vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da gerne auch ein Abo Fragen Wünsche Anregungen wie immer Hätte ich gerne auch das hätte ich nur und Danke Bye 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 Bye